Dann wollen wir mal Minecraft durchspielen. Zufälligerweise befindet sich hier ein Haus, das ich auf keinen Fall selbst gebaut habe. Das war schon immer so hässlich. Wir haben absolut nichts, was man gebrauchen könnte. Wir nehmen die Elytra mit, wir nehmen die Raketen mit. Und was ist das? Bangs und die Hexen der Badaquampa. Ist das etwa der erste Roman von Bangs, der am 8. November erscheint? Das müssen wir uns mal ganz genau angucken. Boah, da kennt man ja gar nichts. Da kennt man gar nicht die sehr coolen Bilder, die da drin sind und die coole Story. Okay, das heißt, wir wollen uns das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Hm, wie machen wir das, Leute? Vielleicht sollten wir den TNT-Boost benutzen, der hier vorbereitet wurde. Direkt daneben gesprungen, man kennt mich. Und Abfahrt. Oh, da kennt man schon ein bisschen mehr was, Leute. Der erste Roman des Gaming-Youtubers Bangs und die Hexen der Badaquampa. In jeder Buchrandung Deutsch, Österreich, Schweiß, Luxemburg und so weiter. Schlagt gerne zu ab dem 8. November. Oder jetzt schon vorbestellen im Internet. Beispielsweise bei Thalia oder Amazon.